Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergfreunde zu Spellforce, Schöne auf der Phönix. Wir stecken immer noch in den Urwerk-Kryptenfest. Und ja, im großen Steinlabyrinth. Und da werden wir auch gleich von Milotauren angegriffen. Die sind aber irgendwie schwächer, als sie früher mal waren. Also, bei unserem ersten Playful, wo wir auf Fernkampf getrimmt waren eher, da konnten wir die nicht ganz so leicht umhauen. Ja, hauen wir den Sammler hier um. Der ist 39, okay, der ist etwas stärker. Sollen wir trotzdem umhauen und den Dinger aktivieren? Zurück mit euch! Das ist auch ein Problem, er trifft uns öfter als wir ihn. Zurück mit euch! Achtung! Oh, jetzt haben wir aber schwächer auf ihn gewirkt. Zurück mit euch! Achtung! Halt wir uns mal sicherheitshalber. Verteidigt euch! Und hauen weiter drauf. Ich könnte auch einfach zur Notante auflegen, auf mich wirken, sobald... ...es zu niedrig ist. So, aktivieren wir mal den Mill hier. Ach, jetzt ist hier direkt beim Heldenportal aufgegangen. Das ist schon mal praktisch. So, der Kampfmeister und der Stampfer, die sind hoffentlich nicht ganz so stark. Ja, der Kampfmeister hier, der... ...muss auf jeden Fall schlechter einstecken als der Sammler. Das sind halt... ...schwächere Gegner. Zeit zu sterben! So. Verstanden! Das heißt, wir können uns unsere Truppe schnappen und schon mal hier unten hingehen. Während wir zurück durchs Portal latschen. So, ich wünschte nur, das würde nicht immer weggehen. Folgt mir! Also ja, ich habe noch die beiden Portale hier. Ja, aber erst mal gucken wir hier unten nach. Auf mein Kommando! Und los! Hier können wir uns ja mit uns zusammen mit einer kleinen Truppe durchboxen. Vorwärts! Zur Ehre Aronius! So, Leute, wir auch der Kopf. Feindlicher Angriff! Tappt viel... ...vieh Zeug. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Um alles kaputt machen! Sie sind überall! Es ist immer wieder schön, wenn meine Fernkampfhelden... Nach dem Aktivieren ihrer Skills keinen Bock mehr haben. Okay, hier ist zu. Wir rühren wir den hier. Okay, jetzt ist hier oben was aufgegangen. Was wir noch nicht sehen. So, hier mal wieder zurück in die Richtung. Hier gibt es nichts, was aufgehen kann. Nur hier oben. Und ich glaube... Ach nee, das ist der abgelegene Bereich. Gut. Kampfmeister... ...Verteidigt euch! ...Zurück mit euch! Achtung! Zurück mit euch! So, das Urtier hat das höchste Level. Deswegen steckt er auch am... ...meisten ein. Vor allem, weil ich ihn auch schlechter treffe. Zurück mit euch! So, berühren wir den Weg hier mal. Ja, dadurch geht hier das Tor auf. Schön. Zeit zu sterben! Achtung! Verteidigt euch! Verteidigt euch! Vorsicht! Verteidigt euch! ...Kämpft! Los, macht den Kampf bei... ...Zurück mit euch! Komm! Kämpft! Jetzt legen wir mal Hand auf. Achtung! Das ist wirklich greifbar so praktisch... ...um uns schnell vor ein Problem zu retten. Wenn wir ihn hier berühren... Stehe bereit! Alles klar! Alles klar! So, hier ist noch nicht offen. Gucken wir uns mal noch die anderen beiden erst an. Bevor wir hier oben lang gehen, wo, glaube ich... ...nicht so viel ist. So, wo bringt mich das nochmal hin? Ach, das bringt mich hier oben hin. Ach, das bringt mich hier hin. Oh, hi! Zu Befehl! Verstanden! Stehe bereit! Wird sofort ausgeführt! Die Rune ruft? Ja, in die Schlacht! Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! So, du erstarrst über zu Steinen. Da bist du... Bump, alles kaputt machen! Kurzzeitig war es im Weg. Haltet durch, Männer! So. Ach, und es öffnet auch den Weg da unten lang. Was wünscht die Rune? Unverzüglich! So, hier oben dürfte ja eigentlich nicht mehr viel sein. Ach, noch ein Sammler. Ach, die kriegen wir auch alleine platt. Achtung! Verteidigt euch! Vorsicht! Zurück mit euch! Ach ja, stimmt ja. Die Sammler sind auch so stark, weil sie Zeug bei sich tragen. So, das ist der Mann hier mit dem Schatzkammeritz, ne? In den Stall sind elf Wörter gemeißelt. Leider ist die Schrift der Art verwertet, dass nur noch wenige Buchstaben lesbar sind. Erbitia, Vani, Susp und Mania. Ja. Ja. Ich hätte mir das wirklich von dem letzten Mal aufschreiben sollen. In welcher Reihenfolge wir die Truhen öffnen müssen. Also, ich weiß, die hier brauchen wir gar nicht öffnen, das weiß ich noch, weil der ist nur Schwott. Und wir wissen, welches die ersten vier sind. Die anderen sieben werden wir ja auch irgendwie hinkriegen. Auf mein Zeichen! Achtung! Schließt die Reihen! Zurück mit euch! Schlagt sie zurück! Kämpft! Auf meinem Befehl! Schnell! So. Bereits! Und los! Folgt mir! Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Halte du durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Mir nach! Und los! So. Vorwärts! Sind hier noch Gegner? Ist hier ein... Hier ist ein Portal. Wo bringt uns das Portal nochmal hin? Ah, das bringt uns hier raus. Okay. Stehe bereit! Alles klar! Ach, das heißt, große... Zu Befehl! Große Wahl habe ich jetzt nicht mehr. Also ja, das Portal bringt mich da oben hin, das Portal bringt mich hier hin. Äh, nee, halt hier drüben hin. Äh. Das Portal bringt mich da oben hin. Den Durchgang ignoriere ich mal gekonnt. Der bringt mich nämlich... Ja, in die... Ja, in die... Untertitelung des ZDF für funk, 2017